Und... Oh, wo ist ich da rein? Guck mal, wie viele denn? Komm, Cable, räum mal auf! Zwei Idioten sogar! Da wird sich um die Idioten auf dem Boden kümmert. Weg von mir! Und Platz! Und Platz! Und Platz! So, keine Chance. Oh, Feuer, nice! Hallo! Pew! Pew, pew, pew! Kann ich aufhören? Ja, ist klar. Misch sind es das Turm auf. Warum nicht? Wheel of Insanity! Okay, gucken wir mal, wie durchgedreht wir wirklich heute sind. Nein! Oh shit, oh shit! So sieht es aus. Oh, mit Gegner? Ah, nicht wirklich. Gehen wir ins Sinistersturm? Oh, ich sehe schon. Plattform. Gibt es da doch eigentlich nur was? Nein, ich bin doch schon dabei. Oh. Irgendwo von da aus vielleicht? Hier. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-dum. Your mom doesn't feel very stable. Pimtsch! Pimtsch! Haha. Alright, time to make my own luck. Billion Dollars, here we come. Und ich witte jetzt wieder an ich. Und boom. Geht so. Können wir auf der Kuh reiten? Sieht so aus. Wir halten uns an der Kuhfest am Euter. Ich würde nicht überleben. Wir müssen mal gucken, wie ich nach oben komme. Hier, die Plattform geht immer hoch und runter. Zum falschen Zeitpunkt runter. Boom. Da war meine Chance. Obwohl, war das eine Etage tiefer? Fuck, ja. Komm, unsere Plattform. Okay. Die da oben. Ah, bleib doch hier. Da vieles Plattform dingend. Wir kriegen das schon gebacht. Der ist ein Terror-Kuh. Schieß kein Milch überall raus. Okay. Oh, ne Chance. Oh, ne Chance. All right, Billion Dollars. Enough is enough. Shit. Fiesch. Ach, nö. Shit, this storm is really picking up. Soll langsam zu, dass wir nach oben kommen. Oh, ich bin immer das Ziel hinausgeschossen. Aber die Plattform hier runter. Shit, ich war doch schon fast oben. Ich kriege viel zu viel Möhren. Okay. Und das sind wir. All right, Sinister. Time to pay the pie. And what the hell happened to you? That looks very uncomfortable. You. Me. Deadpool. You repulsive, putrid mutate. Destroying this tower will do nothing to stop my plans to instill genetic perfection upon this world. Nothing you do will stop my master plans. Wait, 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 wait. Are you stuck in there? No. That would be ridiculous. Oh, so then you wouldn't mind if I played with this? Wait, what are you doing? No, don't touch that. I don't know about you, but... Oh, yeah. Disco. Woohoo. Deadpool, DJ. What does this one do? Wait. Das war's für heute. Hey, Summers! Das war das große Problem? Weil ich einfach ausfüllen. Wie ein Boss! Wade, das war's! Wir sind fertig. WOOOOO! Das war nicht Sinister! Das war eine Clone! Damn, Summers! Was hast du für breakfast? Tacos. Du möchtest, Wade? Ich weiß diese Hot Taco-Lady, Samantha. Oh, sie macht die beste... Was, wenn du nie ein von Samanthas' Tacos würdest? Ever wieder? Was bist du, Summers? Mr. Sinister is going to kill Samantha. Destroy all her Tacos. And everyone else in this moment. Unless you stop him. Shit just got real! Indeed. So, we going back-to-back crane style on this one? Uh, no. I can't stay. I'm fighting my own battles in the future. All of which hinge on what you do here, and now. Anyway... The real Mr. Sinister is holed up on Magneto's old citadel on the far side of the island. Easily a day's walk, so we'd better... Fuck walking! Get ready for a plan! Awesome! If you insist on me building this thing, then I'll need two parts. My reading show, the first one is that way. Muchos Jimmy-Changos, amigo! Oh yeah! Jimmy-Changa-Style! Oh my god, wir sollen den Sentinel wieder zusammenbauen? Oh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Yo, Summers! I thought you said this was the way to go! Doors locked! So is it auch! What the hell, Summers? I learned it by watching you, alright? I learned it by watching you, alright? Are we sure this plan is going to work? Uh, yeah! Cable can build anything, if we just get him the parts. He can build Sexrobots? Remind me to ask! Ich denke, der kann nur so einige... ... Andere Sachen bauen, bl'duck'n! Komm her, komm her! Dann sorgt dafür, dass du's kannst! Oh, die Kamera ist so furchtbar! Damn Wrecken Das ist noch ein bisschen ruhig hier Ich brauche die Chimichanga Toilettenstimmung Ah, da haben wir sie doch Yeah Wir brauchen erstmal so eine Energiezelle Hint, hint Hint, hint Sentinels sind cool So viel Zeug 185.000, ich kann mir bald diese Wumme holen Okay Dann schieben wir es mal rein Penetrieren wir das Ding Und es steckt Los, hier am Kabel Äh, das andere Kabel Cool Die lassen mich jetzt wirklich so das ganze auslatschen Wir hätten doch direkt da hochrennen können Komm schon Kalatsch Und schnitzeln Und schnitzeln Hey Nur da oben Geht's mal gar nicht Das war auch schon alles Okay Hier geht's weiter Aber hier oben ist wahrscheinlich die Energiezelle Aha Oh, wo kommt ihr denn alle her Wow, in der Luft Geht so Ah, nur für Party heute Yeah Wow Wow Nicht nur Luftfest Denk Gibt kein Momentum Nur bei großen Gruppen Okay Okay Schneider hin Reinstecken Und dann in den Arm ziehen Ich fange an den Kabeldingern Können wir das so anpassen Das sieht doch schön aus Ja Moment What the hell Ich finde wir das mal ganz aus Ich glaube ich muss da an dieses Kabelding kommen Weil hier oben Geht's nicht wirklich weiter Ich hab drauf stehen Hier auch nicht Oh shit Ich steck fest Böse Lass mich den ganzen Scheißweg einmal rumlatschen Kann ich nicht drauf springen Unmocklich Vielleicht kann ich den Arm noch woanders hin drehen Schon dabei Ah Nö Bessere Idee Wie wär's wenn wir das so ausrichten Das so Yeah Das muss klappen Bei wiederhади 20 Te Press 64 30 20 20 20 20 20 kg